Ueaa! Jetzt sind wir hier! Schau mal! Garnatisch! Aufklagt, nicht an der Opern. Schau, mein neuer Kollege, den ich hier in Köln gefunden habe. Timmy Fein! Das gute Mann hat hier die Plattformen entdeckt im Pfalz. Der Rhein, oder? Den kennst du gut. Willst du auch schon schwimmen? Ja. Mit dem Flügel? Ja. Schwimmen im Rhein. Der ist reißend, oder? Wir machen einen Film. Das ist der Uwe. Der kommt von Köln. Hoi zusammen! Hoi zusammen! Wie geht's dir, Uwe? Gut. Was machst du so im Leben? Spielen oder Skaten? Oder ein wenig rumfahren mit den Eltern. Lachen! 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 Lachen flog! Action! Auf Wiedersehen!